Und das alles vielleicht, weil du irgendwo ein falsches Wort gesagt hast oder weil du eine Meinung hast, die minimal abweicht von der Meinung einer anderen Person und dann werden gleich sehr große Begriffe drüber gelegt. Anstatt dass man sagt, okay gut, man kann die Dinge nuanzierter vielleicht betrachten. Also das ist ja auch ein Problem online, dass es nur mehr schwarz-weiß gibt. Das ist auch eine Dynamik, die man in diesen Shitstorms sehr gut sehen kann, finde ich, dass Menschen nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern sie werden dann plötzlich als Feindbild eingelesen. Und du hast dann, wir sind die Guten und das sind die Bösen und die gehört jetzt zu den Bösen. Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Wer viel auf Instagram und zum Beispiel auch Twitter unterwegs ist, kennt sie vielleicht oder wahrscheinlich die Cancel-Culture bzw. Call-Out-Culture. Warum gibt es aber Menschen, die andere öffentlich an den Pranger stellen, die beim kleinsten Fehler so laut aufschreien, dass sich andere vielleicht nicht mal mehr was sagen trauen? Was macht das mit den Betroffenen? Welche Alternativen gibt es, die weniger Schaden anrichten? Darum geht's in dieser neuen Folge von Wie gibt's das? Und für dieses Thema habe ich mir Beatrice Frasel ins Studio geholt. Die meisten kennen sie wahrscheinlich eher als Frau Frasel auf Social Media und von ihrem Podcast Große Töchter. Sie ist außerdem noch Autorin und Influencerin. Und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Vielen Dank und herzlich willkommen. Hallo, es freut mich sehr, dass ich eingeladen wurde. Dankeschön. Starten wir gleich einmal ins Thema. Ist Influencerin überhaupt ein Begriff, mit dem du dich identifizierst? Oder eher Bloggerin? Ich verwende den Begriff Influencerin sehr ungern, weil er mit Bedeutungen überschrieben ist, die finde ich nicht so wirklich zu mir passen. Und ich zwar seit kurzem ab und zu bezahlte Kooperationen auf Instagram mache, das aber nur ein Mini-Mini-Mini-Mini-Teil ist das, was ich mache. Also ich würde eher sagen, ich bin Podcasterin, Kolumnistin, Autorin und Vortragender. Okay, perfekt. Dann lieber so. Du hast immer mal wieder schon was über die Cancel- bzw. Call-out-Culture gepostet. Magst du vielleicht kurz einmal sagen, was ist das überhaupt für die Menschen, die damit keinen Berührungspunkt hatten? Ja, ich verwende selber den Begriff Cancel-Culture eher ungern. Da kann ich dann später auch noch was dazu sagen, warum. Aber grundsätzlich wird der Begriff Cancel-Culture verwendet für, ja, ich sage jetzt mal so eine Empörungskultur im Netz. Also während der Begriff Hass im Netz meistens verwendet wird für rechte Trolle zum Beispiel, die dann, weiß ich nicht, auf Frauen oder Minderheiten, die beschimpfen zum Beispiel, wird der Begriff Cancel-Culture meistens verwendet als Kritik an eher linkeren Personen. und genau geht damit einher, dass man oft spricht, oft auch sehr undifferenziert spricht von so Denk- und Sprechverboten, davon, dass sozusagen Wütende, ein Mob an wütenden KritikerInnen auf Social Media eine Person sozusagen zu Fall bringt. So, das ist die Idee dahinter. Wie richtig oder sinnvoll diese Idee ist, ist eine zweite Frage, aber das ist so mal der Begriff der Cancel-Culture. Ich verwende den Begriff eher ungern, wie gesagt, weil er sehr viel von, ja, sehr rechtskonservativen Menschen auch verwendet wird, um tatsächlich legitime Kritik zu silenzen, aber auch, weil es so ein Reizwort ist. Also, sobald man sagt, Cancel-Culture heißt, ja, das ist Fascho-Rhetorik oder Cancel-Culture gibt es nicht und verhindert an und für sich schon mal einen Diskurs darüber, welche Dynamiken man eigentlich kritisiert, die dahinter stehen, die hinter dem Begriff stehen, die man mit dem Begriff vielleicht benennen mag. Das heißt, ich verwende eher andere Begriffe dafür, eben zum Beispiel Call-out-Culture und so, weil ich gerne tatsächlich einen sachlichen Diskurs darüber führen würde, was dahinter steht und nicht, ja, Leute gleich so reizen möchte mit einem Begriff, den ich verwende, dass sie mir nicht mehr zuhören. Wer, also das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber wer betreibt diese Cancel- oder Call-out-Culture denn so am meisten? Also, von wo sind die Stimmen, sage ich jetzt mal, am lautesten? Ich kann das wahrscheinlich nicht objektiv beantworten. Ich kriege es natürlich von jenen Leuten mit, die sozusagen mir nahe stehen oder politisch nahe stehen oder in den Bubbles, in denen ich unterwegs bin, kriege ich es halt mit. Das heißt nicht, dass es in anderen Bubbles nicht auch passiert. Aber ich kriege es halt mit, weil ich halt als Feministin auch sehr aktiv bin, eher aus so feministischen Kreisen. Und ich würde sagen, dass es schon bestimmte feministische Strömungen gibt, die da eher anfällig sind dafür. Aber an und für sich, also diese Empörungsstürme kommen meiner Meinung nach, also das ist das, was ich wahrnehme, ganz oft von sehr identitätspolitisch orientierten Linken. Und der Grund, warum ich, also ich habe das Thema Umgang auf Social Media miteinander immer schon thematisiert. Der Grund, warum ich es in letzter Zeit verstärkt mache, ist, weil es eben gerade, also auf Twitter geht sowieso zu ohne Ende. Aber auf Instagram hat sich mittlerweile auch so eine Kultur durchgesetzt, dass viele Personen oder einige Personen ihren Aktivismus mittlerweile darauf konzentrieren, dass sie die Fehler anderer Personen oder die vermeintlichen Fehler anderer Personen herausstellen. Und nicht mehr auf strukturelle Ungleichheiten, auf Machtverhältnisse, auf Diskriminierung hinweisen, sondern sich auf Einzelpersonen einschießen. Und dadurch, dass Social Media so sehr über Personalisierung und auch über Personenkult so ein Stück weit funktioniert, wird das dann schnell zu so einer Attacke der Person gegenüber. Und dann ist eine Person, weil sie irgendwo ein falsches Wort sagt, gleich eine Rassistin. Und dann gibt es einen Mob, der sich, also Rassistin war jetzt ein Beispiel, oder Sexistin oder was auch immer. Und dann gibt es halt so einen Mob, der sich da drauf stürzt. Und da gab es halt in letzter Zeit einige Fälle, die mich sehr erschüttert haben, wo ich wirklich, ja, sehr betroffen war davon. Also einerseits, weil es mich auch selber betroffen hat, aber andererseits, weil ich es dann bei anderen auch beobachtet habe, dass, wie sehr Dinge da erst im Kontext gerissen werden, zusammengecropped werden, um sie dann zu reproduzieren. Und wie so in einem stillen Postspiel weiter verbreitet werden, ohne dass die Personen, die das dann lesen, auch noch wirklich zur Quelle gehen und sich mal überlegen, was hat die Person wirklich gesagt? Wer steht da überhaupt dahinter? Wie war das gemeint? Und ich finde, das sind alles relevante Fragen. Das wird dann, also dann werden halt bestimmte Sachen einfach weitergegeben. Und was dann halt entsteht, ist ein Bild, das man über eine Person zeichnet, das ganz oft mit der Realität sehr wenig zu tun hat. Und ganz oft sind es halt auch sehr vage Anschuldigungen, die man auch irgendwie überhaupt nicht nachprüfen kann, weil es halt irgendwelche Behauptungen sind, die irgendwer in den Raum stellt, die dann weitererzählt werden. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, weil dadurch wirklich der Ruf einer Person sehr zerstört werden kann. Die psychische Gesundheit sowieso, aber auch gerade bei Menschen, die ihr Geld im Internet verdienen, auch ihre Existenzen. Also ich habe mich vernetzt eigentlich, oder ich bin in Kontakt mit, eigentlich sind es fast immer Frauen, für denen, die es mitkriegt, denen das passiert, mit eigentlich allen Frauen, die so im feministischen Spektrum aktiv waren, denen das passiert ist in den letzten Monaten. Und bin auch gerade jetzt sehr intensiv mit einer in Kontakt, die gerade akut-suizidal ist, der es wirklich, wirklich schlecht geht. Und diese Folgen dieser Shitstorms ist etwas, was viel zu wenig thematisiert wird, weil es immer, also in allen Fällen, die mir bekannt sind, wirklich schwerwiegende psychische Konsequenzen hat. Weil, was passiert? Du kriegst von einer Gruppe, die du als deine Online-Community wahrnimmst, plötzlich die Rückmeldung, du gehörst nicht dazu, du bist böse, du bist schlecht. Dann wird das massiv geteilt. Also wenn man sich das im physischen Leben sozusagen vorstellt, wenn da eine Gruppe von zehn Leuten um einen rumsteht und einem sagt, du hast einen Fehler gemacht, du bist schlecht, du bist böse, du gehörst nicht mehr dazu, du bist ausgestoßen. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen sozialem Ausschluss in der echten Welt sozusagen und in der virtuellen Welt. Ich habe infolge meiner Erfahrungen dann auch, also ich bin unter Supervision jetzt und das ist eine Psychotherapeutin und Supervisorin, die spezialisiert ist auf diese Themen. Und die sagt eben, unsere Psyche kann das nicht unterscheiden. Und was wir kriegen, ist die Rückmeldung, dass wir nicht dazu gehören, dass wir schlecht sind, dass wir böse sind. Und das ist für unsere Psyche eine der schlimmsten Dinge, die passieren kann, weil wir einfach alle soziale Wesen sind. Das heißt, das ist schon mal sehr schwer zu verarbeiten. Und wenn dann auch dazu kommt, dass ich jemand bin, der beispielsweise auf Instagram sein Geld verdient mit Werbung oder der, wie ich, einen Podcast hat, der Community-finanziert ist und dann merkt, okay, gut, plötzlich bricht die Community-Finanzierung weg, weil die Leute das alle glauben oder reproduzieren oder mir gar nicht mehr zuhören. Oder eine Influencerin, die plötzlich keine Aufträge mehr kriegt oder die Aufträge, die sie hat, der brechen weg. Und plötzlich ohne Geld dasteht, dann kommt das auch noch dazu. Also du verlierst deine Community, du verlierst deine finanzielle Lebensgrundlage plötzlich und das alles vielleicht, weil du irgendwo ein falsches Wort gesagt hast oder weil du eine Meinung hast, die minimal abweicht von der Meinung einer anderen Person und dann werden gleich sehr große Begriffe drüber gelegt. Anstatt, dass man sagt, okay, gut, das ist ein, wie soll ich sagen, man kann die Dinge nuanzierter vielleicht betrachten. Also das ist ja auch ein Problem online, dass es nur mehr Schwarz-Weiß gibt. Das ist auch eine Dynamik, die man in diesen Shitstorms sehr gut sehen kann, finde ich, dass Menschen nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern sie werden dann plötzlich als Feindbild eingelesen. Und du hast dann, wir sind die Guten und das sind die Bösen und die gehört jetzt zu den Bösen. Und dann ist auch jedes Mittel recht der Abwertung. Das halte ich für ein großes Problem. Ich glaube, wir müssen zurückkommen zu einem Diskurs, wo Differenzierung und Nuanzierung wieder möglich ist, wo man kontextualisiert und aber auch empathisch ist mit anderen und sieht, dass da eine ganze Person dahinter steht und dass es nicht gerechtfertigt ist, einen Mob auf Menschen zu hetzen. Wenn man Kritik an etwas hat, wie legitim oder nicht jetzt auch immer ist, dann kann man das auch, vor allem wenn man das Gefühl hat, dass die Person politisch ungefähr auf derselben Seite steht, in einer Nachricht lösen. Und ich bin mittlerweile bezüglich Social Media auch schon sehr abgeklärt und denke mir, nicht jeder Inhalt ist für dich und wenn du was siehst, was nicht für dich ist, kannst du auch einfach weiterscrollen. Stimmt. Gerade Social Media ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass man halt das sieht, was man auch sehen will und wenn es etwas gibt, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will oder kann oder aus welchem Grund auch immer, dann kann man das ja auch einfach wegklicken. Das war eh auch auch was, was ich mir ein bisschen überlegt habe, was ich gerne ansprechen wollte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise lese ich das auch immer wieder bei Menschen, die viel auf Social Media aktiv sind, und die halt sagen, das Positive kommt viel zu kurz im Sinne von positives Feedback fehlt einfach oft, weil es wird einfach so hingenommen, so ja, es muss ja eh so sein. Also es muss ja eh guter Inhalt sein zum Beispiel. Und sobald aber was Negatives ist, wird auf einmal losgeschossen. Empfindest du das auch so? Ja, dazu würde ich gerne zwei Sachen sagen. Das eine ist, gerade wenn man als Frau auf Social Media unterwegs ist und gerade wenn man als Feministin auf Social Media unterwegs ist, kriegst du einerseits die ganze Zeit Hass von Rechten, von Antifeministen, von Männern, die sich dadurch bedroht fühlen. Jeden Tag. Also ich habe jeden Tag in meiner Inbox, dass ich schier und platt bin und meinen Maul halten soll und dann irgendwelche Gewaltfantasien. Jeden Tag. Also das ist für mich schon so Daily Business. Und dann kriegst du aber noch die Anspruchshaltung anderer, die dich nicht perfekt genug finden, als Feministin, als Frau, was auch immer. Das kommt dann von der linken Seite sozusagen. Also man wird halt, man ist nie genug. Für die einen ist man eine Bedrohung, für die anderen ist man nicht genug. Nicht woke genug, nicht links genug, nicht feministisch genug. Man hat vielleicht da was Falsches gesagt und das passt nicht und das passt nicht. Das heißt, ja, man kriegt die ganze Zeit negatives Feedback. Und das Zweite, was ich gerne dazu sagen würde, das ist aber auch in die Kommunikationsarchitektur von Social Media eingeschrieben. Es ist so, das wissen wir, dass die Algorithmen es sehr mögen, wenn Wut geschürt wird, wenn emotionalisiert wird, wenn Leute angestachelt werden. Das verkauft sich irrsinnig gut. Und das sind die Posts, die am besten gehen auf Social Media. Also wenn man es schafft, Leute wütend zu machen, dann hat man schon gewonnen. Das ist ja auch Teil dieser Dynamik von solchen Shitstorms. Aber das ist grundsätzlich ein Problem auf Social Media, dass Emotionalisierung, auch Radikalisierung gefördert wird dadurch. Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr problematisch finde und den ich sehr kritisch finde und wo ich auch gar nicht weiß, ob wir da rauskommen. Also ich weiß gar nicht, ob Social Media da eine Zukunft haben, ob es noch zu retten ist. Weil was ich sehe ist, es gibt immer radikalisiertere Bubbles. Das habe ich gerade, also das ist so meine persönliche Erfahrung, es ist keine wissenschaftliche Studie, die ich da jetzt rezipiere, sondern es ist einfach nur meine Wahrnehmung. Gerade während Corona, als alle irgendwie die ganze Zeit im Internet waren oder während der Lockdowns und unzufrieden und frustriert waren, habe ich bemerkt, es gibt einfach, also ich habe Menschen bei der Radikalisierung zusehen können. Menschen, die sich einfach dann in Bubbles zurückziehen und nur mehr um sich selbst kreisen. Und dann gibt es halt lauter so isolierte Bubbles und keiner kann mehr miteinander kommunizieren. Und teilweise ist es sogar so, dass die eigene Sprache, also so eigene, einen eigenen Jargon entwickeln in einem Außenmaß, dass es fast gar nicht mehr möglich ist, mit diesen Leuten zu kommunizieren. Und das habe ich natürlich gesehen bei Verschwörungstheoretikerinnen auf der rechten Seite, bei Corona-Leugnerinnen. Aber das habe ich auch gesehen bei linken Feministinnen, die sich total in die eigene Bubble zurückziehen und total radikalisieren und dann jede Minimalabweichung von dieser Position ein unfassbarer Affront ist, weil man ja auch nie damit konfrontiert ist, weil man immer nur sich im Kreis dreht. Und das ist etwas, was ich sehr stark durch Social Media befördert sehe und was jeden tatsächlichen gesellschaftlichen Fortschritt auch komplett verunmöglicht, finde ich. Und auch Diskurs verunmöglicht. Also es ist so die totale Diskurszerstörung. Und ich weiß einfach überhaupt nicht, wie man damit umgehen soll, weil irgendwie haben sich diese sozialen Medien ja unverzichtbar gemacht, in gewisser Weise. Also man kann irgendwie nicht raus, aber drinnen gibt es irgendwie auch keine Zukunft. Das ist meine fatalistische Position gerade. Aber weil du jetzt auch gerade gesagt hast, gerade in der Corona-Zeit, wahrscheinlich auch vor allem in der Zeit, wo halt Lockdown war und einfach sonst vielleicht die Kontakte beschränkt wurden auf halt im Internet oder auf virtuelle Kontakte. Das habe ich genauso beobachtet. Also auch absolut keine wissenschaftliche Studie, auch meinerseits natürlich nicht. Aber ich habe genau das Gleiche beobachtet. Und ich habe das auch gar nicht mal so weit weg beobachtet, sondern auch an mir selber. Dass das einfach, ich bin einfach dann immer mehr Seiten gefolgt, wo diese Bubble einfach noch immer mehr bestätigt wurde und immer mehr eingegrenzt wurde. Und ich habe es erst gemerkt, als ich das erste Mal auch eine örtliche Distanz hatte. Nämlich ich bin ursprünglich aus Spanien und ich bin halt nach Hause geflogen, das erste Mal wieder seit Corona. und habe da dann Freunde getroffen oder Freundinnen getroffen, die halt in einem ganz anderen Umfeld sind und die auch sich über andere Themen irgendwie auseinandersetzen und so. Und das war so ein echteres Wachrütteln einfach, weil ich mir gedacht habe, okay, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt alles komplett anders sehen muss. Das tue ich nicht. Aber diese Distanz tat schon gut. Ja, es ist ein bisschen ein Reality-Check, oder? Genau. Also es ist schon so, ich habe das genau so beobachtet. Und ich habe auch mir genau die gleiche Frage gestellt, kommt das überhaupt noch zu einem Ende? Also gibt es da auch irgendwie eine Tür, wo es dann auf der anderen Seite wieder rausgeht? Sei es jetzt mit dem Ende von Corona oder nicht. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was wir wahrscheinlich auch gar nicht wissen können, bis es nicht passiert. Also bis jetzt ist es ja nicht passiert. Also bis jetzt, finde ich, spielt sich die Situation noch mehr zu, habe ich den Eindruck. Also ich habe mich aus manchen Bubbles ein bisschen rausbewegt, nachdem es so viele Shitstorms gab und ich mir gedacht habe, so nein, das ist tatsächlich nicht meine Community. Also wer so mit Menschen umgeht, steht nicht auf meiner Seite so. Das will ich. Also auch wenn wir vielleicht dieselben politischen Ziele haben und dieselben Positionen in vielen Dingen. Aber es geht auch um das Wie. Also es ist nicht egal, mit welcher, wie soll ich sagen, menschlichen Reife und mit welcher Diskursfähigkeit ich anderen begegne, mit wie viel Empathie und mit wie viel Nachsicht und Menschlichkeit. Das ist nicht wurscht. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Wert, dass ich mich da wegbewegt habe davon und dann habe ich bemerkt, wie weit das alles weg ist von der Welt. Also das ist jetzt vielleicht ein blöder Satz, aber ich habe echt den Eindruck, da tun sich Gräben auf irgendwie und wir finden nicht mehr zusammen. Es wird nur noch mehr quasi sich distanziert. Genau, also total polarisiert. Kannst du dir denn vorstellen, was es für eine Alternative geben könnte oder müsste, wie man vielleicht einfach anders den Diskurs findet oder anders, dass man überhaupt den Diskurs findet, dass man vielleicht nicht einfach nur gegeneinander sofort sich einen Pranger stellt, sondern vielleicht einfach Person XY hat einen Fehler gemacht, hat etwas gesagt, was vielleicht nicht mal so gemeint war, aber es kommt einfach komplett falsch rüber und kann absolut als problematisch gesehen werden. Oder sie hat vielleicht wirklich irgendwas Blödes gesagt. Das passiert ja. Menschen sagen blöde Dinge. Oder das. Oder halt, ich meine, jeder macht selbst auch einmal Fehler und sagt mal Sachen, wo man sich danach denkt, das hätte jetzt nicht sein sollen. Wie soll man denn am besten reagieren? Oder in deinen Augen? Ja, ich kann natürlich niemandem vorschreiben, wie er zu reagieren hat. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Ich kann nur sagen, wie es ich mache und wie es ich sinnvoll finde. Also für mich sind, zwei Dinge, also zwei Worte sage ich mir immer vor. Das eine ist Vernunft und das andere ist Empathie. Und wenn ich was sehe auf Social Media, was mich aufregt, weil eine Person irgendwas gesagt hat, was mich aufregt oder was ich arg finde oder wo ich mir denke, na servus, dann atme ich mal durch, nehme mal einen Schritt zurück und denke mir mal nach, okay gut, und dann schaue ich halt, habe ich das wirklich bei der Person gesehen oder ist das was, was mir kommuniziert wird von jemand anderem, weil das ist ja dann auch schon eine Interpretation. Also wenn es schon eine Interpretation ist, dann gehe ich mal dorthin, wo das wirklich gesagt wurde und schaue mal das mal an, in welchem Kontext das gefallen ist. Also ich finde Kontextualisierung ganz wichtig. Das Internet ist eine Königin der Dekontextualisierung und dann entstehen Konflikte, wo gar keine sind. Also mal kontextualisieren, was überhaupt passiert ist, welchem Kontext ist das zu sehen, sich vielleicht auch anzuschauen, für welche Positionen die Person insgesamt steht, dann kann man das auch besser einordnen. Also wenn jemand, der ohnehin als Rechter im Internet unterwegs ist, was Rassistisches sagt, dann ist es, ja, dann kann ich das... Keine Überraschung. Dann weiß ich, wie es zu kontextualisieren ist, aber wenn eine Feministin einen blöden Witz macht, die an und für sich, ja, für Antidiskriminierung steht, dann kann das natürlich trotzdem ein blöder Witz sein, der rassistisch ist, aber dann kann ich das anders einordnen. Dann weiß ich, okay, gut, die Person hat einen Fehler gemacht oder die Person hat halt einen blöden Witz gemacht, der in dem Kontext nicht gemacht werden hätte sollen oder was auch immer. Wir reden da über hypothetische Beispiele jetzt, aber ich finde, man sollte das halt dann einfach versuchen einzuordnen. Kontextualisierung ist wichtig, Empathie mit dem Gegenüber ist wichtig, nämlich sich vor Augen zu führen, die andere Person ist nicht einfach ein Avatar im Internet oder eine Marke, sondern eine Person, die wahrscheinlich kein Social Media Team hat, also bei einer Firma ist es ja wieder was anderes, da sehe ich das auch anders mit Callouts und so, aber... und sich auch zu überlegen, will ich wirklich jetzt das Screenshoten und veröffentlichen, weil ich werde dann Leute aufregen damit und diese Leute landen dann auch bei dem Profil und vielleicht landet irgendjemand mit 40.000 Follower bei diesem Profil und dann wird das alles riesig und kann ich rechtfertigen, dass die Person für das, was sie gesagt hat, tatsächlich, weiß ich nicht, wirklich suzidal wird oder kein Geld mehr hat. Also das sind ja alles, das sind alles Dinge, die passieren können. Also Leute können wirklich kaputt gemacht werden wegen einem Screenshot, den jemand im Internet postet und das muss ich mir vor Augen führen in dem Moment und nicht einfach nur posten, weil ich dann Likes kriege dafür oder Leute sagen, wow, danke, dass du uns das gezeigt hast, weil das ist ja die Rückmeldung, die man dann ganz oft kriegt. Man wird dann alles besonders mutig auch dargestellt, wenn man solche Dinge postet, aber ist es das wirklich oder ist es einfach nur einen Mob auf jemanden hetzen? Und was ich auch noch ganz besonders wichtig finde, ist, dass man Kritik an Aussagen und Handlungen von der Person trennt und dass man dann nicht einen Vernichtungsfeldzug gegen Einzelpersonen startet, sondern wirklich halt also das kritisiert, was die Person tut und sagt. Das macht einen Unterschied, ob ich zu dir sage, hey, der Satz ist irgendwie sexistisch, das finde ich irgendwie nicht cool und dir erkläre, warum. Oder ob ich poste, Frau Müller-Martinez ist eine Sexistin. Das macht einen Unterschied und bei Letzterem landet das dann aber meistens im Internet. Also meistens steht dann eine Person als XY da und das führt einerseits dazu, eben, dass der Ruf einer Person zerstört wird und sie falsch dargestellt wird. Das führt aber andererseits dazu, dass die Person sich zurückzieht aus diesem Diskurs, dass sie vielleicht wirklich abdriftet und sich radikalisiert, weil ihr kein Raum mehr gegeben wird, wirklich was daraus zu lernen. und wenn ich dir jetzt, wenn du irgendwas postest auf Social Media und ich denke, na servus, was ist mit dir? Und ich schreibe dir das und sage, hey, das ist schon auch sexistisch, weil XYZ, dann kannst du dir überlegen, hm, sehe ich das auch so, macht das Sinn und vielleicht lernst du was draus und denkst dann das nächste Mal, na so kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Oder vielleicht denkst du dir auch, es ist ein Schaß, was ich sage und machst nichts, aber das ist dann deine Verantwortung und deine, das kannst du dann so machen, wie du möchtest. Aber wenn ich dann gleich was poste drüber, wie arg das ist, was du gesagt hast, dann stehst du als Person so da und das ist halt das Problem dabei. Also, dass es immer dann so Ad hominem Attacken gibt und dass man ein Bild von einer Person zeichnet. Das ist halt, und wir, niemand von uns was born ready so. Wir alle machen Fehler und wir alle sind auch sozialisiert in einer sexistischen und rassistischen Gesellschaft und ja, es ist halt ein Problem, wenn einem dann Fehler vor 20.000 Leuten passieren so. Aber die Frage ist halt dann auch, wie gehen andere dann mit einem um? Ja, das ist eh auch ein Punkt, den ich ganz spannend finde, weil im Grunde genommen niemand, also wirklich, das ist so ein bisschen dieses Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, weil niemand, niemand, niemand hat noch nie einen Fehler irgendwie gemacht und hat noch, also mir fällt kein Moment ein, wo, oder anders, mir fällt keine Person ein eher, wo ich mir noch nie gedacht hätte, ja okay, dieser Kommentar war jetzt schon sexistisch. Ja. Also auch von mir selber nicht. Sicher. Also das ist natürlich super schwierig und ich finde es halt sehr schade dann, wenn Menschen, die ja stetig in einem Prozess sind, sich selbst auch eine Meinung zu bilden und nur wenn man jetzt gerade eine Meinung zu einem Thema hat, heißt das nicht, dass es morgen noch die gleiche ist. Ich finde das dann halt sehr, sehr schade, eher auch wie du gesagt hast, wenn man dann dagegen feuert, ganz öffentlich und dieser Person nicht mal den Raum gibt, sich das einfach selber mal zu überlegen und zu hinterfragen, ups, war das jetzt vielleicht dumm, was ich gesagt habe. Ja und was auch ein Problem ist, ist, dass dann sofort immer eine Entschuldigung verlangt wird und das ist auch total unnatürlich, weil wenn ich außerhalb des Internets irgendwas mache, brauche ich auch, wenn mir jemand sagt, dass das falsch war, ein bisschen Zeit mehr zu überlegen, war das falsch oder wie, also man braucht einfach, wenn eine Entschuldigung genuin sein soll, dann braucht es einfach Zeit, bis eine Person selber zu dem Entschluss kommt, dass sie sich dafür entschuldigen möchte und das geht nicht, indem ich sage, du musst dich jetzt entschuldigen und sofort ja und du hast keine Sekunde Zeit, irgendwie mal durchzuatmen und mal überhaupt nachzudenken und das ist leider auch Teil solcher Shitstorms, dass man Leuten auch keinen Raum mehr gibt, mal sich hinzusetzen und wirklich zu reflektieren, weil wenn es wirklich darum geht, dass wir diese diskriminierenden Überzeugungen, die wir vielleicht alle haben oder ja, wenn es wirklich darum geht, dass Leute reflektieren sollen und sich entwickeln sollen und darüber nachdenken, dann geht das halt nicht von heute auf morgen und dann muss man Leuten auch diesen Raum geben und da stelle ich halt dann die Frage, geht es wirklich darum, dass sich was verändert oder geht es einfach nur darum, dass man halt sich, ich sage es jetzt mal ganz derbe, sich daran aufgeilt, Teil eines Mobs zu sein. Einfach mitschwimmt quasi. das fühlt sich auch gut an. Es gibt einem auch das Gefühl, dass man irgendwas Sinnvolles gemacht hat weil man da jetzt dieses Existen zu Fall gebracht hat oder diesen Rassisten oder was auch immer, aber ist es das wirklich, ist das wirklich das, was passiert ist oder hat man einfach nur eine Person fertig gemacht und was ich auch noch, also bei diesem ganzen Phänomen, das immer so als Cancel Culture bezeichnet wird, was auch ein Teil des Problems ist, ist, dass es total unverhältnismäßig ist meistens. Also wir behandeln jemanden, der beispielsweise jemanden vergewaltigt hat und deshalb in den Medien ist, also genau gleich hart wie jemand, der irgendeine blöde Aussage irgendwo tätigt. Und in beiden Fällen gibt es halt diesen Social Media Mob und es wird überhaupt nicht mehr differenziert, was ist jetzt wirklich einfach ein schlimmes Verbrechen und was ist einfach vielleicht ein Fehler, den eine Person gemacht hat oder eine Minimalabweichung in der Meinung oder was auch immer. Und das kann nicht einfach alles nach demselben Maßstab gemessen werden. Und auch, was es auch nicht gibt, ist Gewaltentrennung so. Also es ist in dem Fall auf Social Media ist die Person, die sozusagen anklagt, auch gleichzeitig die Richterin und das geht halt alles nicht. Also das ist, das finde ich, ist unmöglich, auch in einer demokratischen Gesellschaft tatsächlich, dass man Dinge so handhabt. Also ich finde, wir müssen da echt alle mal so ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und uns überlegen, wo wir da eigentlich partizipieren und für welche Werte wir eigentlich stehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Menschen, die sich auf Social Media bewegen, sich mal überlegen, was sind meine Werte und wofür will ich stehen. Auch Leute, die 20 Follower haben. Und woran will ich teilhaben? Was will ich füttern? Und für mich ist das halt keine Kultur, die ich füttern möchte. Ja. Jetzt haben wir ja vorhin schon, oder jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du das beobachtet hast, dass es einfach in der Corona-Zeit auch ein bisschen vermehrt passiert ist. Hast du denn das Gefühl, dass auch vermehrt mit so Stempelbegriffen, sage ich jetzt einmal, um sich geworfen wird, im Sinne von, dass schneller mal etwas als transphob, rassistisch, sexistisch abgestempelt wird, ohne dass man vielleicht wirklich das direkt so kategorisieren kann, will ich eigentlich auch nicht sagen, aber wird mit solchen Begriffen zu leicht umgegangen? Ich glaube, es ist komplexer, als dass man einfach nur sagen könnte, es wird zu leicht damit umgegangen. Ich glaube, dass es einerseits ein Erkennungszeichen von Radikalisierung ist, dass Menschen solche Labels umgehängt werden und auch umdifferenziert umgehängt werden, eben weil man so sehr in der eigenen Bubble ist, dass eben jede Minimalabweichung schon, wie gesagt, ein Skandal ist und dann wird halt auch nicht mehr differenziert. Ist das jetzt wirklich eine rassistische Aussage oder ist das wirklich jetzt eine frauenfeindliche Aussage oder ist das nur jemand, der gerade eine Meinung geäußert hat, die ich, die so sensibilisiert bin, irgendwie als sexistisch sieht, aber die eigentlich 90 Prozent aller Menschen haben und wo ich dann halt mit der Person auch anders umgehen muss als jemand, der mit Absicht gezielt was Sexistisches sagt. Also ich finde das, ich finde auch, übrigens das ist auch ein Punkt, dass immer argumentiert wird, dass die Absicht keinen Unterschied macht und ich finde aber, das ist schon so. Also einerseits natürlich die Wirkung kann trotzdem dieselbe sein und es ist dann trotzdem wert, sich dafür zu entschuldigen, aber auch in unserem Rechtssystem ist es so, dass es einen Unterschied macht, ob es ein Mord ist oder ein Totschlag. Und ich finde, diese Prinzipien müssen wir da auch anwenden. Und ich kann nicht alles gleich, ich kann nicht jede Person dann gleich behandeln, auch weil es eben dann noch mehr dazu führt, dass sich Personen abwenden und dann überhaupt nicht mehr für das, was ich zu sagen habe, offen sind. Wenn ich gleich jemandem sage, dass er sexist ist, dann wird die Person mir nicht mehr weiter zuhören. Aber wenn ich sage, das überleg dir mal, was du da gesagt hast und das empathisch kommuniziere, dann wird die Person vielleicht offen und dafür sein. Und ich glaube, dass diese großen Begriffe, die da verwendet werden, ja, ich glaube, dass es schon so ist, dass es auch auf Social Media, dass es auch bedingt ist auf Social Media, so ein Stück weit, weil das eben auch Begriffe sind, die sehr emotionalisieren. Also, es ist, ich werde mehr, ich werde mehr Likes und mehr Responses kriegen, wenn ich sage, XY ist Rassist oder Sexist, als wenn ich sage, XY hat dieses und jenes gesagt und da spielt das und das hinein und vielleicht kann man das so lesen und man sollte das eigentlich nicht so sagen. also das ist halt nicht so, das ist halt nicht so aufregend. Es wäre aber halt irgendwie, der, finde ich, der richtigeren Zugang und der differenziertere Zugang. Das ist ja in gewisser Weise ein bisschen ein Clickbaiting eigentlich. Ja, und wir sind halt alle mittlerweile da rein sozialisiert ins Clickbaiting, weil wir sind gewohnt, dass wir von eins zum anderen klicken und immer nur zwei Wörter lesen und dann, das führt halt zu solchen Reduktionen und das halte ich für ein großes Problem, gerade auch für politische Diskurse, für gesellschaftspolitische Diskurse. Ich habe auch wirklich das Gefühl, gerade jetzt als Feministin, dass das Social Media irgendwie gerade den Feminismus kaputt macht, weil wir halt wirklich nur mal uns Slogans entgegenschreien und keine Debatten mehr stattfinden. Die Frage mit den Stempeln, die habe ich mir vor einigen Wochen gestellt, als ich die Serie Princess Charming geschaut habe. Es gab nämlich eine Folge, wo eben mit einem Begriff umgegangen wurde, sehr, sehr leicht und ich danach bewusst mich ein bisschen durchgelesen habe, was die Leute dazu gesagt haben, weil ich halt eine Meinung dazu hatte und mir gedacht habe, finde ich spannend, was jetzt andere Menschen dazu sagen. Und es war schon ein, liegt wahrscheinlich auch vielleicht an meiner Bubble, aber es war schon eine ähnliche Meinung. Es war in der Folge, ging es halt irgendwie darum, also Princess Charming, vielleicht für jeden, der das nicht weiß, ist eine Serie, eine Serie, eine Sendung, eher, eine Sendung, wo homosexuelle Frauen oder bisexuelle Frauen sich daten. Quasi Bachelor, aber halt in nicht-hetero-Format, ganz vereinfacht gesagt. Und es gab halt eine Situation, wo die Frauen miteinander saßen und eine halt gemeint hat, sie würde nicht eine Person daten, die einen Penis hat. Und darauf wurde dann halt gesagt, dass das Queerphobe ist. Und da habe ich mich halt eben ein bisschen reingelesen, habe halt gesagt, so ist das schon Queerphobe? Also halt kann man das schon so sagen und so. Und habe halt eben auch sehr, sehr viele Meinungen gelesen und unter anderem stand da halt öfter so, naja, also mit so einem Begriff so leicht umgehen, ist halt schwierig. Jetzt stelle ich mir die Frage, kann da nicht auch so ein bisschen irgendwie einfließen, dass es einfach Menschen gibt, die nicht in diesem Aspekt vielleicht genug gebildet sind, die sich einfach vielleicht auch nicht auskennen und die deshalb einfach Dinge sagen, die komplett vielleicht falsch rüberkommen können, auch wenn sie sich, also wenn sie das nicht so meinen. Also, dass fehlende Bildung irgendwie auch in gewisser Weise vielleicht berücksichtigt werden sollte, weil Menschen halt dafür geschämt werden, dass sie etwas nicht wissen. Also nicht immer natürlich. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das wirklich bewusst war, aber es gibt schon Menschen, die sagen etwas, die wissen nicht, was sie damit auslösen und werden dafür geschämt, obwohl sie einfach fehlende Bildung in dem Bereich haben. Ja, das ist auch was, wofür ich ganz oft kritisiert werde, weil ich finde, dass diese Debatten ganz oft sehr bildungsbürgerlich sind und sehr klassistisch sind. Und ich komme ja aus einer ArbeiterInnenfamilie vom Land und wenn ich aus Wien aus meiner Social-Media-Bubble aufs Land fahre, dann merke ich, also keine dieser Debatten könnte ich mit unseren Nachbarn führen. Also sie verstehen nicht mal den Begriff, das meine ich jetzt nicht böse, aber es ist halt einfach eine komplett andere Welt. Und da müssen wir uns halt auch überlegen, wie abgehoben das teilweise schon ist. Und das hast du ja vorhin auch gesagt, dass du nach Spanien gefahren bist und gemerkt hast, okay gut, das sind zwei Welten irgendwie. Und das ist eine Erfahrung, die ich auch habe und wahrscheinlich bin ich auch deshalb eine, die da immer wieder drauf, weil ich so am Rande irgendwie stehe in all diesen Welten und mir dann immer denke so, was macht sie eigentlich hier? Es ist halt einfach so weit weg von allen Leuten, die nicht in dieser Mini-Bubble drinnen sind. Und wir können halt auch gerade, gerade der Feminismus, und das ist halt so mein Thema immer, muss halt auch für Leute da sein, die nicht Gender Studies studiert haben, die nicht an einer Uni waren, so ich will Feminismus machen für die Reinigungskraft in Grammat-Neusiedl. Und die ist halt in bestimmten Debatten nicht drinnen. Und das ist aber auch okay. Also ich finde halt es total schwierig, dass Klasse und Bildung, was ja damit einhergeht, immer ein Aspekt wird, der überhaupt nicht mitgedacht wird. Also wir reden die ganze Zeit über Intersektionalität und das ist was, worüber wir überhaupt nicht nachdenken, obwohl es so zentral ist. Ja. Also ja, die Antwort ist ja. Ich habe ganz kurz machen können. Nein, also eh super, wenn dann auch eine Erklärung dazu kommt, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du vorhin auch kurz gesagt, dass du findest, dass es was anderes ist, wenn es an ein Unternehmen gerichtet ist. Jetzt habe ich, da müsste ich ja mal kurz nachschauen. Genau. Ich weiß nicht mehr, ob du das geteilt hast oder ob ich das vielleicht sogar von jemand anderem gesehen habe. Aber ich habe gesehen, dass vor nicht allzu langen, vor ein paar Wochen war das, vielleicht zwei Wochen, hat jemand in meiner Instagram-Bubble, sage ich jetzt mal, ein Posting von einer Künstlerin, Stylistin und Autorin gepostet. Die heißt Ayishat Akambi und die hat halt so ein Video über, sie hat es Cancel Culture genannt, sagen wir Cancel Culture Callout Culture gepostet, wo sie sich halt damit ein bisschen auseinandersetzt. Und unter anderem hat sie halt auch gemeint, dass es diese Cancel Culture für große, reiche Stars nicht gibt, weil die das schneller mal mit Anwälten, Anwältinnen regeln können. Dass das aber definitiv ein großes Problem für entweder kleine Unternehmen ist oder für einzelne Personen. Kann man da vielleicht so ein bisschen salopp gesagt sagen, okay, Jeff Bezos darf auch gecancelt werden, aber... Jeff Bezos kann nicht gecancelt werden. Ja gut. Das ist too big to cancel. Also das ist ja das Ding. Das ist ja immer das Argument, das kommt. Cancel Culture gibt es nicht, weil Mann XY, der angezeigt wurde wegen Vergewaltigung, sitzt immer noch im TV-Studio. Das sind immer die Argumente, die kommen. Oder ein großer Fall, jetzt war wieder Cristiano Ronaldo, wo es ja auch Vorwürfe gab. Ich weiß gar nicht, wie das dann ausgegangen ist, aber auf jeden Fall hieß es dann auch, ja, zeigt mir mal die Cancel Culture, warum ist der immer noch berühmt und spielt Fußball so. Und ich sitze dann immer daneben und denke mir, ja, that's the point. Das Problem ist ja genau, dass es eben jene Menschen trifft, die sich nicht dagegen wehren können. Also nur weil etwas reiche, mächtige Männer nicht betrifft, heißt es nicht, dass es nicht andere Menschen betrifft. Das ist auch bei anderen Dingen so. Es gibt einfach Menschen, die haben genug Geld, genug Ansehen, genug Ressourcen, um sich gegen diese Dinge zu wehren. Aber was ist zum Beispiel, also da war ja auch, das war auch während der Corona-Zeit, da gab es einen Fall von einem migrantischen Arbeiter in Amerika, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Bundesstaat das war, der hat beim Fenster raus die Hand hängen gehabt und dann hat das irgendwie fotografiert und gesagt, das ist ein White Power Symbol. Und der wurde gekündigt. So. Weil es dann einen riesen Schützraum gab um ihn herum. Also, der kann sich nicht wehren dagegen. Es trifft natürlich, und das ist auch kein Zufall, dass es auf Instagram die ganze Zeit Frauen trifft. Es trifft natürlich Leute, die sich nicht wehren können dagegen. Es trifft Leute, die nicht Anwältinnen en masse engagieren können, die nicht sich fünf Therapeutinnen suchen können, um das psychisch aufzuarbeiten, sondern es trifft natürlich vor allem Feministinnen, es trifft marginalisierte Personen, und es trifft vor allem Frauen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich finde, dass es an dieser unter Anführungszeichen Cancel Culture ganz viel linke, feministische Kritik braucht. Im deutschsprachigen Raum haben wir da vor allem diese rechtskonservative Kritik, wo es dann wirklich darum geht, die wollen uns Sprachverbote auferlegen, man darf das N-Wort nicht mehr sagen, wir müssen jetzt alle gendern, es ist alles so furchtbar. Das ist so die rechtskonservative Kritik. Aber die linke, feministische Kritik ist, wir dürfen einander nicht entmenschlichen. Und wir dürfen nicht vergessen, welche Machtverhältnisse dahinter stehen. Und wir dürfen nicht Chef Bezos genauso behandeln, wie eine Influencerin mit 20.000 Follower, die alleinerziehende Mutter ist, und darauf angewiesen ist, dass sie auf Instagram ihr Einkommen macht. Das sind einfach unterschiedliche Dinge. Und natürlich ist Chef Bezos nicht davon betroffen. Selbst wenn es einen riesen Schütz dann gegen den gibt, das ist ihm wurscht. Also was soll Chef Bezos passieren? Aber den migrantischen Arbeiter, der ein angebliches White Power Symbol macht, der dann gekündigt wird und vielleicht seine Familie nicht mehr ernähren kann, den trifft es halt schon. Und dann stellt sich halt natürlich auch die Frage, was ist das für ein Aktivismus? Also wenn er wirklich dafür sorgt, dass Menschen ihre Existenz verlieren, Menschen, für die man eigentlich eintreten sollte auf linker Seite. Also wir sollten uns eigentlich für ArbeiterInnen stark machen, für Menschen, die marginalisiert sind, für Frauen und nicht gegen sie. Ja, und das ist halt auch wichtig, dass wir, also das ist halt auch, finde ich, Teil der feministischen Kritik daran, dass man sich grundsätzlich gegen Entmenschlichung stellt. auch übrigens gegen die Entmenschlichen von Menschen, die wirklich was Schlimmes gemacht haben. Also das ist ja nochmal, das ist auch so ein harter Bissen, finde ich, ein harter Brocken, aber tatsächlich finde ich auch, wenn Leute wirklich was Schlimmes gemacht haben, es hat einen Grund, warum es in unserem Rechtssystem so ist, dass man Strafen irgendwann mal abgesessen hat. Und das ist Teil auch von meiner politischen Überzeugung, dass ich Menschen grundsätzlich als Menschen begegne und sie nicht entmenschliche. Ja, aber eben vor allem, wenn es solche Empörungsstürme gibt auf Social Media, trifft es halt meistens die, die sich nicht dagegen wehren können. Und das ist eben was, was man ganz betonen muss, weil es eben immer wieder heißt, es gibt diese Cancel Culture nicht, weil diese alten weißen Männer, die dieses und jenes gemacht haben, ja immer noch weiterreden. Und nein, natürlich tun sie das, weil denen ist das wurscht, was Susi im Internet über sie sagt. Aber es gibt Menschen, deren Existenz das zerstören kann, ganz einfach. Glaubst du, wäre es möglich, eine Instanz einzuführen, sage ich jetzt mal, auf Social Media, die bei sowas einschreiten kann? Also, sei es ein Account, sei es eine Funktion, ich glaube, Instagram hat ja jetzt, glaube ich, so eine, in Anführungsstrichen, Hate Speech Funktion, wo man ein bisschen was, glaube ich, blockieren kann. Damit kenne ich mich ehrlicherweise überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und ob das auch funktioniert. Braucht es so eine Instanz? Also, die Möglichkeiten, die man auf Social Media zur Verfügung hat, sind völlig unzureichend. Es bräuchte auf jeden Fall in solchen Empörungsstürmen die Möglichkeit, dagegen irgendwie vorzugehen für Betroffene. Weil es ja auch einfach, man stellt sich das mal übertragen aufs echte Leben vor. Also, du gehst aus dem Haus und es sind überall Plakate, wo draufsteht, du hast irgendwas Sexistisches, Rassistisches, Transfeindliches gesagt und bist böse. Also, ich sage das jetzt sehr platt. Das dürfte auch niemand. Es kann auch niemand irgendwo Sachen über mich plakatieren und im Internet wird halt sehr viel sehr ungestraft geteilt und ganz viel ist halt auch nicht im strafrechtlichen Bereich, aber es ist trotzdem sehr beschädigend für eine Person. Und da sollten sich Plattformen tatsächlich überlegen, wie sie dagegen vorgehen. Ich finde, sie müssten das eigentlich. Also, Instagram hat kein Problem damit, weibliche Nippel zu zensieren, aber ich verstehe nicht, warum es nicht möglich sein soll, einen Shitstorm gegen eine Person abzufangen. Das muss irgendwie möglich sein, technisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Möglichkeiten nicht hätten eigentlich. Es ist natürlich in ihrem Interesse, dass sie solche Dinge passieren lassen, weil es Traffic ist. Das hält Leuten auf der Plattform. Und deshalb sage ich, es ist eingeschrieben in die Kommunikationsarchitektur, es ist ganz schwer, glaube ich, dass man die Plattformen dazu bringt, was dagegen zu tun. Ich glaube tatsächlich, wir müssen in dem Fall an die Verantwortung von Einzelnen appellieren. Also, wir müssen echt Leute dazu bringen, dass sie im Netz ethisch agieren, dass sie sozusagen in ihrer eigenen Integrität bleiben und ihre eigenen, also tatsächlich sich überlegen, welche Werte sie vertreten und sich eben an sowas nicht beteiligen. Ich glaube, das ist wirklich die einzige Chance, die wir haben, weil Instagram, Facebook, jeder selber, Twitter auch, haben einfach ein Interesse daran, dass Dinge gepostet werden, die Traffic generieren. Und das sind halt, also Shitstorm, ein Shitstorm ist Gold für Instagram. Klar. Und wenn es da nicht staatliche Instanzen gibt, die sagen, das müsst ihr abdrehen, also wenn das nicht wirklich vorgeschrieben wird von oben herab, ich glaube, die Plattformen werden das niemals tun. Alles, was wir tun können, ist selber anders agieren und mit einem anderen Beispiel vorangehen. Vielleicht zuletzt wäre das nicht auch eine Art Zensur, wenn man aus staatlicher Sicht sage ich jetzt mal sagt, na, das darf nicht gepostet werden. Ist definitiv nicht meine Meinung, dass es Zensur ist, aber es ist jetzt eine Frage, die mir in den Sinn kommt, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute dann halt genau das aufschreien. Das ist ein ganz großes, schwieriges Thema, finde ich. Also es gibt ja schon Hass im Netz, Gesetze gegen Hass im Netz, da könnte man ja auch argumentieren, dass es Zensur ist. Und es soll ja auch nicht darum gehen, dass es verboten wird, dass bestimmte Dinge über eine Person oder über bestimmte politische Dinge diskutiert wird, das meine ich damit nicht, aber wenn sozusagen hundert Personen dasselbe über eine Person behaupten und wirklich so ein Shitstorm über jemanden hereinrasselt, da stellt sich die Frage, ob es nicht eigentlich wichtig wäre, auch einzelne User zu schützen, die Einzelperson auch zu schützen. Ja, wie gesagt, ich weiß eh nicht, ob das überhaupt möglich ist, ich weiß nicht, ob es rechtlich möglich wäre, ich weiß, dass es die Plattformen sicher nicht machen, aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir alle uns an der Nase nehmen und besser checken, wovon wir uns auf Social Media emotionalisieren lassen, dass wir tatsächlich Fakten checken, egal von wem was kommt, auch ich habe sicher schon viel Scheiße verbreitet, Entschuldigung, darf ich das sagen? Voll okay. Ich habe sicher schon viel Scheiße verbreitet auf Social Media und dann haben mir Leute gesagt, das stimmt aber so nicht und dann habe ich es wieder gelöscht und mich entschuldigt, also das passiert jedem, dass wir auch Leuten, denen man vertraut auf Social Media, die wenigsten haben eine Redaktion hinter sich sitzen, sondern sind einfach Leute, die irgendwas posten, also immer checken, was Leute posten, vor allem, wenn man sich darüber aufregen will, dann sollte man vorher mal schauen, was ist überhaupt passiert, immer Fakten checken, immer zur Quelle gehen, immer genau anschauen, was ist passiert und wenn man von etwas emotionalisiert wird, immer schauen, dass man vielleicht einen Schritt zurück macht und mal durchatmet und schaut, warum, was ist da jetzt eigentlich los? Gegen Entmenschlichung für Empathie, für Vernunft, das sind so meine Prämissen und ich glaube, das muss man vermitteln. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Hast du noch etwas, wo du sagst, das möchtest du noch loswerden? Das möchte ich noch loswerden? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wenn wir gesellschaftlich etwas weiterbringen wollen, wenn wir uns für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzen, dann geht das nur miteinander, so cheesy das klingt, aber es geht nur, wenn wir anderen Menschen als Menschen begegnen, sie dort abholen, wo sie sind, nicht überbordende Ansprüche an sie stellen und wenn wir verzeihend und nachsichtig und menschlich miteinander umgehen und uns nicht gegeneinander aufbringen lassen. Wir haben viel vor miteinander und das Beste, was einem ungerechten System passieren kann, ist, wenn sich Leute, die von diesem ungerechten System betroffen sind, gegenseitig zerfleischen. Das sollten wir nicht machen. Gutes Abschlusswort. Gutes Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast mit mir und dass du deinen Einblick auf das Ganze mit mir geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Danke. Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.